Teilweise Erleichterung, aber insgesamt ärmer. Hätte ich ein Auto, würde ich mich freuen, wenn ich nicht selber fahren müsste. Drei Jahre. Mehr Nutzen für die Gesellschaft verbinden, wenn wir sie klug einsetzen. Daten helfen beim Klimaschutz, weil sie die Möglichkeit schaffen, dass Menschen Energie und Geld einsparen. Die Wirtschaft der Zukunft wird digital und klimaneutral sein, sein müssen, aber auch sein können. Drei Jahre. Drei Jahre.